Was haben wir da noch? Die PKM, Präzisionsverbesserung, Kampftrack, Reparaturverbesserung, Nein, Fischerboot, Nein, Jeep Wrangler, Auch nicht, Ausrüstung, Pistolengurt, Leichter Angriffsgurt, Grenadiergurt, Hier können wir uns noch ein bisschen Platz schaffen, Ach, das haben wir schon alles gekauft, okay, so, dafür mittlere Verbandskasten, dafür fehlt uns leider noch, äh, tja, zwei Diamanten für, und die, und der Tarnanzug, Stellverbesserung, okay, gut, dann können wir hier leider erstmal nichts machen, schade eigentlich, ähm, Goodie, dann erstmal nach Flora hin, Obwohl man die auch ist, und gucken mal, was sie so schön für uns hat, aber ich will auf jeden Fall, will ich, äh, die Züge in die Luft jagen, so, da ist ihr Fahrzeug und ihre Hütte, So, dann kommen wir mal, Ah, okay, Du machst was mit der APR, ich könnte dir helfen, wenn du mir auch hilfst, okay, Da ist eine Rinderfarm, einen halben Kilometer östlich, ein Funktionär der Front lebt da, bring ihn um, Ein komplettes UFLL-Platoon sitzt in diesem Moment in einem Zug, aber dieser Mistkerl auf der Farm hat ihnen befohlen zu warten, er will sie verleihen, um sich was dazu zu verdienen, die Männer müssen jetzt ausrücken, Der Kommandant dieser Truppen ist ein wertvolles Ziel, ehemaliges Gurka-Regiment, ein harter Kerl, ich nehme den Mann heute aus dem Spiel, Der Zug wird entgleisen, dann gehe ich rein und sorg dafür, dass der Gurka tot ist, das bedeutet, ich werde mittendrin sein, falls sich die Überlebenden neu formieren, allein schaffe ich es da nicht raus, ich werde eingekesselt sein, du musst da hinkommen und mir Deckung geben, Es wird ja auch nur das Vertrauen zu ihr, äh, verstärken, ne? Tja, gucken wir einfach mal, auf jeden Fall steht hier, ein sehr verrostetes Gewehr, Und irgendwann mal schauen, da ist Jillian's Ziel, und hier haben wir das mit dem Zürich, ähm, oder, so, entweder den UFLL-Funktionär auf der Farm töten oder den APR-Auftrag abschließen und den Tankwagen zerstören, hm, hm. Ah, verdammt. Auf jeden Fall, dass mit dem Tankwagen das dichter dran ist. Ja, wir werden den Tankwagen zerstören und eventuell hoffe ich mal, dass wir doch noch Floras Auftrag erledigen können. Allerdings müsste ich, uh, uh, halt ab. Erstmal wissen, wie ich da hinkomme zu dem Tankwagen. Kuah, kuah, au. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, mal von vorne ist es bestimmt nicht so gut. Wir hätten mal eher von den Schienen kommen sollen. Tja, gucken wir einfach mal. Okay, dann streichen wir uns hier mal ganz kurz durch. Auf jeden Fall haben wir hier sehr viel offenes Gelände. So. So. Dann gucken wir uns die ganze Schose erstmal von hier oben an. Da steht eine Wache. Da haben wir Sprengpässe. Äh... Tja. Jetzt mal den Weg auskontschaffen, die wir da am besten haben. Da steht auch noch einer. Ja, läuft besser gesagt. Da haben wir noch Munition. Oh. Ich hoffe mal, der hat uns nicht gesehen. Oh, scheiße. Scheiße, ich hab mich erwischt. Ich neute den Typ ab, wir brauchen einen Arm. Gut. Das war schon mal Gegnerrolle Nummer 1. Davon läuft einer. Wir haben angegriffen. Beeil dich, Mann. Wir haben nur zwei, ne? Er ist da drüben. Hey, komm. Uh, scheiße. Gott, den haben wir auch erledigt. Der steht auch nicht mehr auf. Oh, der steht doch wieder auf. Oh. Wer? Scheiße. Ach, Mist. Genau das meinte ich. Oh, cool. Da werden wir gerade von Jossel wieder gerettet. Scheiße, da haben wir uns doch ein bisschen anfänglich angestellt. Okay, John, ich pass auf und ich halte mich jetzt. Mindestens zwei. Ausrüstung. Danke. Oh, das haben wir nicht. Versorgen Sie die Wunde. Okay, mach ich. So, das haben wir nicht mehr unsere Sichtungswacht. Unsere Waffen hier. Oder doch. Ach, die haben wir doch noch. Feuerstück. Ja. Uh. Hä? Wo? Was? Mach ich doch. Ich glaube, das läuft noch einer. Hä? Feuerstück bitte. Ja. Den soll ich hier machen. Wo schießt er denn? Ist dir das Feuerstück genug? Jossel. Ich glaube, wir finden noch diese Munition hier. Hä? Ich sollte mir doch ehrlich mal ein Präzisionsgewehr zulegen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen von dem Feuer beschützt. Und hoffen mal, dass wir jetzt nicht mehr so viel Widerstand hier haben. So, hier haben wir noch ein bisschen Munition. Für uns. Ich wette mal. Dass es hier auch wieder ein, äh. Diamanten gibt. Oh, cool. Ups. Ups. Hahaha. Ganz gefährlich hier. Oh, jetzt ist noch wieder ein bisschen Muni. Aber damit sind wir wohl voll. Tja, ich hoffe mal, dass wir kein, äh... Kein, 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 äh... Sprengsatz mitnehmen mussten. Was, wer schießt da? Ach, da ist er. Hey, Cominatu! Was? Was? Boah. Beim Nachladen erwischt. Hahaha. Hat der noch Muni? Für uns? Ja. Natürlich hat der noch Muni für uns. So, da haben wir ein paar Dinger hier. Und das scheint wohl dieser Tankwagen zu sein. Den wir sprengen müssen. Komm ich mal. Auf jeden Fall ein geiles Lager ist das hier. So, hier haben wir noch ein bisschen Munition. Und schauen wir mal auf die Karte. Oh, wir haben einen Diamanten. Da. Welche Richtung ist der? Die Richtung. Soll der Diamant sein. In diese Richtung ist der Diamant gegen. Ich stelle eventuell hier auf den Zug hier. Scheint wohl so. Dann gucken wir mal, wie wir da drauf kommen. Dann gehen wir mal, wie wir da drauf kommen. Die Richtung. doch der Fall nicht erst so oben auf dem Dach Scheiße Prozent die Brecht ohne hier die Begründung Prozent 4 Kronen die Garten in der Krupp Kuhl Präsidionsgewehr Prozent noch auch schon wieder das Gewehr und dann wollen wir schauen ob er nicht hier oben liegt aber Munition Plan das Teil mal nach da vorne liegt der Koffer ich hab mich schon gesehen mal gucken wie wir da reinkommen a schön und da haben wir auch unseren 30. Diamanten von 221 gut dann brauchen wir das ja nicht mehr aber wir kommen erst mal das doch das war vielleicht dabei doch schon anfang hier mal gucken wie wir den gesprengt kriegen Prozent mal gucken wie wir den gesprengt kriegen Prozent mit dem so ich hab den Zug besucht der ist tot wo bist du hochgesteigert was was hat er gemacht was hat sie gemacht Prozent Prozent was würde jetzt machen gehen sie zu einer Briefing Position um eine Mission zu erhalten auch okay wir sind jetzt hier durch und ich würde noch mal schnell was vom Abspeichern hier und wir werden erst mal zu dieser Briefing Mission hin eiern okay 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 ah da hat uns gerade mal ein bisschen die Kutsche ausgegangen hehehe so wo war unser Fahrzeug noch ich glaube ich hier hinten ist ne ich glaube ich bin Tja, hier irgendwo war noch ein Fahrzeug von uns, aber irgendwie ist es wieder weg. Gut, so, die Zeichstation, Safehouse und Shop. Wir gehen dann mal zum Safehouse. Oh, okay, hier war das mit Julien, äh, Flora. Oh, Joseph. Hallo. Kein Problem, ich bin Ihr Mann. Danke. So. Guti, äh, ich würde vorschlagen, äh, ich mache hier an dieser Stelle eine kleine Pause. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part von Far Cry 2. Und dann werden wir zurück in die Stadt und uns einen neuen Auftrag holen. Und vor allem, wenn euch das Video gefallen hat, dann, äh, gib das doch einen Daumen hoch oder lasst einen Kommentar da. Und zum nächsten Mal rein. Dann...